Als wir eingetroffen sind an der Einsatzstelle und die erste Erkundung durchgeführt haben, haben wir gesehen, dass ein Baum vom Hang abgerissen wurde vom Sturm und in den Teil des Daches gefallen ist. Und wir dann mit der Motorsäge den Baum beseitigen müssen und das Dach sichern, dass ein weiterer Sturm keinen Schaden anrichten kann und dass kein Wasser ins Haus dringen kann. Die Hanglage und der Baumbestand erhöhen in der Situation das Risiko, dass etwas aufs Haus fällt beim Sturm. Wir haben also mit der Motorsäge und mit der Hand den Baum auf eine Freifläche geschafft, damit der Zugang erst einmal zum Dach möglich ist und decken mit der Hand das Dach um. Glücklicherweise haben wir in unserer Gruppe einen Dachdecker, der uns da sehr behilflich ist, dass es uns natürlich vom Fach ist und das Dach auch ordentlich zumachen kann, damit keine Gefahr mehr besteht. Hallo, wir sind hier die Hausbewohner seit 67 Jahren. Ich habe mich gerade im Bad befunden und da hat es einen fürchterlichen Schlag getan. Und da ist der Baum aufs Dach gefallen und zum Teil auch aufs Badfenster. Ich war genau im Bad unter dem Fenster, als der Baum drauf fiel. Ich bin furchtbar erschrocken natürlich, ist ganz klar. Und durchs Fenster habe ich ja gesehen, dass da schon Äste drauf liegen und einen furchtbaren Schlag hat das getan. Ja, dann warst du schon. Das geht schon vor dem Haus vorbei. Nächster Führung hat er gesagt, da halte ich es auf. Und dann, wo du das hier rutschst, in jedem Ort wieder herrutschst. Und dann, wo du das hier rutschst, in jedem Ort wieder herrutschst. Vielen Dank.